Guten Tag, Sofia hier. Wann können wir uns sehen? Wie wär's Montag so sehen? Würde 10 Uhr gehen? Guten Tag, Sofia hier. Wann können wir uns sehen? Wie wär's Montag so sehen? Würde 10 Uhr gehen? Montag passt mir nicht. Da hab ich schon was vor. Montag passt mir leider nicht. Ich muss nach Labrador. Montag passt mir nicht. Da hab ich schon was vor. Montag passt mir leider nicht. Ich muss nach Labrador. Also gut, Augenblick. Wie sieht's Freitag aus? Wie wär's Freitag so um 9? Sind Sie dann zu Haus? Also gut, Augenblick. Wie sieht's Freitag aus? Wie wär's Freitag so um 9? Sind Sie dann zu Haus? Freitag passt mir nicht. Da bin ich im Kann. Ich schlag vor, sie rufen mich am 10. wieder an. Freitag passt mir nicht. Da bin ich im Kann. Ich schlag vor, sie rufen mich am 10. wieder an. Guten Tag, Sofia hier. Wie sieht's heute aus? Wie wär's heute so um 10? Sind Sie da zu Haus? Abgemacht. Alles klar. Heute so um 10. Die Adresse haben Sie ja. Tschüss, auf Wiedersehen. Abgemacht. Alles klar. Heute so um 10. Die Adresse haben Sie ja. Tschüss, auf Wiedersehen.